Ah, hier. Midi-Kips. Oh, zum einen. Wir kennen deine Fähigkeiten mittlerweile, Kripp. Der DRI sucht seine Agenten gut aus. Oh, scheiße. Sind die Plattformen. Weg mit der Waffe. Chaos, Kripp. Die einzig wahre Ordnung der Dinge. Etwas anderes zu behaupten ist pure Toaheit. Darf ich das demonstrieren? Massam, hörst du mich? Laut und deutlich. Veröffentliche die Datei. Sofort, Boss. Und fertig. Du bist doch irre. Du hast gerade tausende Unschuldige zum Tode verurteilt. Das kommt von deinem bescheuerten Chaos. Du weißt gar nicht, was die Datei enthält, oder? Genau das dachte ich mir. Der DRI will den Virus waffenfähig machen. Nicht ausmerzen. Menschenleben interessieren sie nicht. Nur der Profit. Du hast ihre Regeln und Gesetze befolgt. Und dich zur Marionette machen lassen. Armselig. Das wär's. Erledigt ihn. Oh. Das wär's. Oh. Ha. Den. 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 Matrix. Hier, auf geht's, ich bringe sie hier raus. Crane, retten Sie die Leute. Sie haben das alles nicht verdient. Duda, her mit der Fackel. Crane! Ich glaube, der mag uns. Du brauchst ein helftiges Händchen. Der braucht zwei helftiges Händchen. Er schießt ihn! Auf Wiedersehen, Doktor. Keiner trifft ihn. Wir sind Neo. Und jetzt sollten wir rennen. Wettrennen, natürlich. Hör du mich bei der Vorne. Fuck, 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 fuck. Ich hab mal Aufleger öffnet. Ah, so. Wir müssen da hoch. Ach du Kacke! Lass mich da hoch. Lass mich da... Und wieder zurück. Schuridu. Ich glaube, die haben uns lieb, Sandro. Oh, oh. Ich komm hier nicht. Verflucht. Ich bin... Ich bin da in den Spitzenhängen neben dem. Uuuuuh. Ich hab's geschafft. Und du? Ich bin... In den Spitzenhängen neben dem. Was hatte ich jetzt zurücklaufen? Ich weiß es nicht. Geht es? Ja, du spawnst sowieso auf mir, oder? Ja, fast schon. Ich glaube, bei dir ist die ganze Action. Ich bin angekommen. Ja. Juhu, Errungenschaft. Du bist nur 55 Meter entfernt. Okay. Ja, ich bin... Aber ich bin... Und raus hier. Kannst du dich porten? Ja. Okay. Der Arena-Kampf war jetzt eher mau. Ich konnte aus der Arena entkommen und muss auf dem schnellsten Weg zum Wald gehen. Ja, da... Also, du darfst ein Bordel ins... Ja, wir sind eine richtig geile Schlange. Ich schlingel mich. Durch dich. Ja, toll. Hast du es nicht bekommen? Doch. Das riecht da hoch, Junge. Bisschen verzögert. Oh, so viel sind wir hier eigentlich. Achso, das ist das Haus hier. Wo wir noch nie rein konnten. Ich weiß auch jetzt warum. Komm, renn. Haben wir wieder alles? Haben wir wieder alle? Ach nee, die sind daheim im... Im... Wir haben auch keinen Haken, oder? Ich kann nicht. Ich kann nicht rennen. Ich auch nicht. Scheiße, 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 scheiße. Wir sind da. Alter. Hoppa. Ich verstehe kein Wort, was? Fakten sind Zombies. Wuh! Da kann ich mich nicht schneller fortbewegen, indem ich rückwärts nach da und ausweiche. Warte. Alter, ich kann nicht mal über die drüberspringen. Ja, fickt euch doch alle. Ja, rückwärts. Geht. Das geht? Also so ist man schneller. Meine Beine nicht mehr. Ja, rückwärts. Ja, das ist eine gute Taktik, ne? Zeitverschneid ist auch. Ja, das ist ein Lächeln. War eine gute Idee. Was, ob ich jetzt hier den ganzen Tag so rumschleife, wie so ein Behinderter? Das sind die Pro-Tipps, ja? Das sind, das sind die Hängerschen. Das kostet sogar keine Ausdauer. Das kannst du die ganze Zeit machen. Erst mal gucken, wo man hinspringt und dann... Kacke. Es wird... Näh. Immer schlimmer. Komm, Sarah. Sarah ist tot. Sarah ist... What? Was ist jetzt los? Ich glaube nicht. Alles okay? Wo bin ich? Ich musste dich am Pier verstecken. Raismänner suchen nach dir. Die Bastarte sind auf dem Kriegspfad. Was ist passiert? Ich muss mit Jade sprechen. Sarah hat dir seine Unterlagen gegeben. Sie brachte sie zu Kempten. Wollte sie wenigstens. Laut Kempten haben Raismänner sein Labor gefunden. Also hat der Beißer reingelassen und sich in der Mitte verschanzt. Jetzt sitzt er fest. Dann brach die Verbindung ab. Wir können ihn nicht mehr erreichen. Ich gehe nach. Wie kommt sie rein? Der Stadtteil ist abgeriegelt. Es gibt eine Gruppe von Schleusern. Sie nennen sich die Retter. Du findest sie im Kessel in Nikos Bar. Sie ist in der Nähe des Highways. Der Kontaktmann heißt Chase. Hast du genug Kuriere für die GRE-Pakete? Die Abwürfe haben vor 36 Stunden aufgehört. Endgültig. Uns läuft die Zeit davon, Crane. Miss. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da was tun kann, aber ich werde es versuchen. Weißt du, die meisten würden sich in so einer Situation verkriechen. Respekt, Crane. Und viel Glück. Ah. Hier sind wir. Dann grüße ich nach. Dann war doch. Mit besten Grüßen von Karim. Danke ihm von mir. Au. Das sagt uns doch extra. Ich muss jetzt mal meinen Scheiß verkaufen, den ich jetzt gerade ausgerüstet habe. Wo ist der Händler? Da ist der Händler. Fach Kufen. Müll, 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 Müll. Wer braucht schon Böller? So, wo ist denn mein Zeug? Okay. Lager. Schrotflinte. Das hier hatte ich. Wo ist mein Katana? Das hier modifiziert. Böden. Ja, möglich. Alles. Ja, ich muss gerade schauen, was ich hatte. Das hatte ich modifiziert. Ja, die wollte ich auch noch verticken, die ganzen Sachen. Den brauche ich nicht. Ach, Rina. Ach, geht jetzt hier. Alter, ich nehme jetzt einfach alles mit, was geht. So. Musst du mal selbst drücken. Ja, habe ich gerade. Ich habe wieder 110.000 was. Du leckst gerade volle Kanne. Was? 110.000? Warte. Was mal wieder was brauchst. Ja. Ich muss gerade selber was verkaufen. Und so, 1200, alles weg, weg. 95.000, endlich nähere ich mich mal an. Eieieiei. So, was habe ich da noch drin? Ein paar blaue Sachen. Kann ein Rang aufschreiben. Hm. Da kommt hier mal wieder Sachen für uns. Du de... Nee. So. Was habe ich denn jetzt hier? Das Katana benutze ich noch nicht. Ich benutze das hier. So. Gut. Wupp. Ach so, hier ist gleich Kampfzone oder was? Wie kampfst du, oder? Ja, hier sind, äh, hier sind Digger. Ah ja. Warte. Warum sind hier Zombies? Ach so, der hat hier Zombies reingelassen. Warte, das hat er ja gesagt. Geh mal da weg. Raus. Geh mal weg. Ach so. Du bist weg? Ja. Wird das was gebracht? Weiß ich nicht. Da steht immer ein... Genau, oder? Ist so... Tot. Wow. Oh, der lebt noch. Da zuckt der rum, das Zombie. Oh, okay. Sorry. Da ist ein... 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 So, du kleines Dax-Fisch. Hör jetzt, wie der aussieht. What the fuck? Ist er endlich tot? Endlich. Fall um. Im Leben, da wurde er getötet. Ist es mir egal. Alter, okay, irgendwie ist irgendwas leckt hier richtig hart. Richtig hart. Du leckst gerade so hart, dass du die Zombies ansteckst. Aber richtig. Die Steck, die Zombies? Ja, weil sie auf dich gehen wollen. Und weil du so leckst, zucken die bei mir volle Kanne rum, weil sie sich auf dich fokussieren. Weil sie dich anvisiert haben. Und weil du rumportest, porten die sich rum und dann treffe ich die nicht. Merkst du was? Ha. Okay, du bist doch. Was? So, dann sind wir da hoch. Was wollen wir denn da? Oh, sollen wir jetzt wieder Nebenmissionen machen? Aber wir sind gerade hier oben im Norden. Wir sollten mal das Lavendelscheißzeug machen, das ist hier hinten. Ja, oder? Was machen? Mensch, Crane, halte ich doch mal fest. So. Irgendwo da hinten. Cool. Ist hinten irgendwas Verstecktes? Irgendwo hier ist Lavendel. Oben wahrscheinlich blöde, oder? Wir sind eigentlich schon da. Was gibt's denn hier noch? Ja, hier ist er. Ja, hier ist er da vorne. Keine Ahnung, sammelt einfach. Hallo, Lavendel? Okay. Wie siehst du denn so gut? Hier steht echt ne Couch. Hier ist ne Figur. Statue. Komm, äh, sofort. Okay. Ah, hier ist noch. Hallo? Ich kann den hier nicht. Was ist passiert? Ich kann den nicht aufzumachen. Was liegt denn da eigentlich? Ach, wieder Antizinschmerzen. Nein, nee. Warte, Lavendel, Duftkräuter, nee. Feuerglas, der große Knall. Duftkräuter? Bringen sie, okay, bringen den Lavendel. Wo ist denn der? Oh mein Gott, wo müssen wir den denn hinbringen? Okay, wir haben genügend Lavendel. Na komm, lass mich hier den Sand ziehen. Danke schön. So, Lavendel Mission haben wir endlich. Ähm, suchen sie in der Stadt nach Feuerzeuggas. Hm. So, wohin jetzt? Äh, ich bin einfach so glatt mal in dem Punkt. Ja. Okay. Na dann, äh, was machen wir denn jetzt? Warte, ich komme da nicht hoch. Warte, Warte. Warte, du... Warte, du... Warte. Warte! Wie hier hatten Kontakt, als ich den Funkverkehr wieder hergestellt hatte. Ähm... Warte, warte. Wir bleiben, ciao. Gute Idee. Danke dir, Brecken. Sei vorsichtig. Ich bin fast 15. Bändigkeit. Bändigkeit. 14,5. Aua. Fast 15, sagst du? Aua. Aua. Wo bist denn du schon? Alter, da hinten. Bist du durch einen Tunnel oder obenrum? Ich bin obenrum. Komm ich da nicht hoch? Max spielt TV. Was ist das? Was? Wer? Mein Bruder. Hallo? Mhm. Okay. Was ist denn der Schiebkommission? Das ist für uns. Erstmal kaufe, offen, drin, mit dem Land ist. Äh, 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 äh. So, okay. Dann brauchen du noch, äh, die Stolzpfeile. Du bist so am lecken. Ich verstehe kein Wort, was du sagst. Irgendwas mit Explosionspfeile. Okay. Eeeh. Gut. Kann ich dich heilen? Du bist zu low. Ja. Ja, warte. Uh. Erfahrungspünktchen. Was hat der für mich? Nur Müll. Lavendel. Ja, gleich. Ich muss noch kurz verticken. Und in der Misse. Okay, ich komm. Finden Sie Bandagen und Mädchen für Holger. Zipien. Hast du das gerade abgegeben? Hier. Müll. Lavendel. Ah, ich kann ihn schon riechen. Tausend Dollar. Was ist das Neue? Bandagen. Finden Sie Bandagen und Mädchen für... Bandagen. Haben wir nicht Bandagen? Wir haben doch genug Bandagen. Kleintypen. Wow. Wo müssen wir hin? Dafür? Wissen wir nicht. Wir müssen mit... Sprechen. Ich verstehe nicht, mit wem müssen wir sprechen? Alter! Schön, dass du hier bist. Oder hier. Ne, mit dem nicht. Wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Okay. Komisch. Okay, ich würde sagen... Ähm... Ich mache jetzt sowieso Schluss. Weil ich habe sehr viel Hunger. Ich habe... So großen Hunger mindestens. Ja. Also... Das ist... Da reichen ein paar Kekse nicht aus. Und du leckst mir so krass. Das ist echt schlimm. Was ist? Schau mich an. Wie sieht... Wie sieht denn das aus, wenn ich hier so an der Wand hochklettere? Hier so. Was ist das? Oh... 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 Was such mal du das. Wie das aussieht. Wie das aussieht. Er schaut mir wieder nicht zu. Ich mache gerade... Fähigkeiten. Was? Du machst gerade Fähigkeiten. Es ist... Es ist schon eine Kunst rauszuhören, was Sandro von mir will. Weil dieses Geläcke, das ist... Eine Kunst für sich. Ich stelle noch ein paar Mini-Kids her. Mit ein paar meine ich alle. Fast. Mhm. Das, äh... Sollte, glaube ich, es dann bald reichen. Jo. Jetzt haben wir eigentlich nicht noch diesen Pilztrank von der alten... Schrolle da. Was braucht man dafür eigentlich? Ne, haben wir schon gekocht. Achso. Ja, ne, wir haben das Rezept bekommen. Jetzt schau da. Du brauchst echt neues Internet. Ist echt schlimm. Hab ich genügend. Du könntest zweimal welche herstellen. Mal. Wurst. Ich habe gerade ein paar Unlock-Bomben, die explodieren, hergestellt. Ich habe jetzt 24 Stück. Hihi. Ich könnte doch mal 20 herstellen. Also... Äh... 60 Stück insgesamt. So. Vorhin... Ja, ich weiß nicht, ob die gut sind. Ich mache lieber das mit dem Unlocken. Hat der noch was für mich? Keine... Kann man die Sprinkler denn herstellen? Ich verstehe keine Art. Warte, was? So. Ich würde sagen... Äh... 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 Was, 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 was für Sprinkler? Was? Ich habe nichts verstanden. Die muss man erst lernen. Schätze ich. Ich habe noch 16 Stück. Wie... Wie will ich kommen? Wolltest du jetzt ab? Keine Ahnung. Äh... Muss man finden. Genauso wie die Mods, die man finden muss. Hey. So. Gut, ich würde dann sagen... Wir machen dann beim nächsten Mal wieder weiter in Dying Light. Let's play Dying Light mit dem kleinen Stinker, dem Legger, dem Gurken-Internet-Nutzer. Kann man da eigentlich hochklettern? Ja. Ich hoffe es nicht. Aber weiter geht es nicht, oder? Wenn ich jetzt hier hinspringe, geht es? Nee. Es geht echt nicht. Aber warte mal. Ah. Guck mal. Hm? Ich will ja noch spielen. One shot. Ja, auf dem Kopf. Mit was? Mit dem Katana? Ja. Okay. Öffnen. Ich probiere mal was. Ich habe jetzt abrollen gelernt. Also hier und dann ziehe. Ah, okay. Nice. Ja. Nice. Hier kommt einer. Ja. Und... Warte. Du nicht. Du nicht. Was ist denn, wie ich sie gespalten habe? Hinter dir kommen wir ein paar. Geil. Ich denkst, dass du sie gespalten hast. Oh, ich muss ja kurz weg hier. Ich komme einfach freundlich. Ja. Ja. Hallöchen. Warte. Also mit dem fetten Schlag sind die One-Shot meistens. Meistens. Und du musst dich auf den Kopf ziehen. Du musst liegen geflogen. Wow. Warte mal. Der Fix. Ich bin, dass ich... Was, was? Du bekommst XP für was? Dass du mir zuschaust. Das ist... Ja. Jo, ich gehe mal wieder in die Safe-Zone. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn es mir heißt, let's play Dying Light mit dem Klaas. Dem kleinen Sticker hier. Und mir dem Hänger. Ciao, Leute. Sag deinen Satz, Sandro. Wiederschauen. Reingehauen. Das hat mir jetzt akustisch nicht verstanden, weil du so krass lagst. Nochmal, bitte. Wiederschauen. Reingehauen? Ja, du leckst halt bei jedem zweiten, äh... Aha. Bei jeder zweiten Silber leckst du. Kann ich nicht ändern. Doch. Umziehen. Ausziehen. Nackig machen. Du musst dein LAN-Kabel massieren. Du musst dein LAN-Kabel penetrieren. Du musst es lieben. Was machst du mit dem schwarzen Typen? Der ist jetzt ein komischer Fahrradhelm-Auffall. Wir nerven jetzt noch den... Wir mobben jetzt noch den Typen hier. Hier ein bisschen, äh... Oh Mann, pass mal auf. Pass mal auf, ey. Ja, was, was, was? Was willst du, hä? Hä? Wieder guckt er. Der kann sich nicht entscheiden. Ey, Vorsicht. Ey, Vorsicht. Okay, bis dann. Schau mal. Ja, das machen wir jetzt noch eine Stunde. Mindestens. Oh, 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 oh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.